Moin Leute, willkommen zu deinem Let's Play Leech of Legends von mir. Heute spiele ich mit Riti. Das ist geil. Yo, die haben eine Kalista auf der Board mit dem Jarvan als Supporter und in der Mitte in Z. Dann, die haben eine Kalista auf der Board mit einem Ignite, kein Plan wieso und ja. Renga im Jungle. Ich weiß ja, Ignite Healed. Ignite Healed, ja, das ist ein New OP. Ignite gleich New Heal, Alter. Nein, ich zeige euch heute, wie in meinem anderen Video, dass es auch im Norman Game klappt. Blue Buff, Level 2 und dann direkt zum Drake und den ersten Drake machen. Und ich zeige euch, wie meine Bukong auf der Top-Ain richtig plättet. Wenn er top ist. Ja, sorry, dass ich heute jetzt keine Musik anmache, aber ich zeige mit meinem Kumpel und ja, da mache ich jetzt keine Musik an. Was? Was heißt hier Kumpel? Du hast mich bezahlt. Ja, dich bezahle ich doch immer, Alter. Ich wurde auch nicht so. Dich bezahle ich. Es wollten eigentlich zwei weitere mitmachen, den einen habe ich vergessen einzuladen und auf Facebook anzuschreiben. Der war auch nicht ein LOL on und der andere musste jetzt offline und der andere, kein Plan, es waren sogar drei. Kein Plan. Die haben keine Lust auf dich. Ja, die haben alle keinen Bock auf mich. Die haben Angst, dass ich den irgendwie mit Timo letztes Game jeden Kill klaue. Ach. Oh, ich wurde gestern reportet, weil ich Timo in Aram gepickt habe. Echt jetzt? Ja. Das ist geil. Da schreiben zwei Leute, I report you for picking Timo, Alter. Konnte noch nicht mal Englisch und... Oh, Leute. Ja, egal. Lass uns anfangen. Wenn der Wukong seinen Hut-PC mal und die Kalis startet. Nee, nee. Lass doch. Die Frau hat noch eine Stunde. Mein Kumpel letzten zwei, vier Minuten, vier Minutes Inhibitor-Strategie haben wir gemacht. Ja, mein Kumpel nach, was weiß ich, zwölf Minuten, äh nein, zwölf, acht Minuten oder sieben und das hat es gedauert, bis er geladen hat, weil es bei dem geleckt ist. Ja, komm, wir online, die nur zwei von drei Spielern sind on, weil die das Game restartet haben, weil die dachten, das funktioniert nicht. Ich hab immer noch meinen Chatbarn. Heute feste Andi. Nein. Oh, nö. Kannst du eigentlich da rausflashen? Nein. Ich hab auch einen Chatbarn, weil ich ein Game geleaktet hab. Ich hab einen Chatbarn, weil ich Champion Selection geleaktet hab, hab ich jetzt 30 Runden, äh, noch, glaub ich, 28 Runden abwechselnd in der Wahl muss ich spielen und... Ja, das ist eine... Und... Es muss eine abwechselnde Wahl sein? Ja, es muss eine abwechselnde Wahl sein. So eine Scheiße, Alter. Ich glaub, ich... Ich glaub, ich... Ich glaub, ich... Oder nein? Ich bin ja nicht im Rank, wie du. Ich wollte ja auf Brose 5 kommen, aber ja... Ja, ich... Ey, sag mal, wenn einer kommt, weil ich schau grad hier... Ich schau grad 5, jetzt selber 2 und ich will auf Brose 5 kommen, aber ich überleg mir. Ja, ich glaub, ich mach das doch nicht, weil... Kein Plan, unnötig. Und nee, wieso hab ich das Schild dabei? Ja, egal. Ich hab meine Tests... Und Mastery ist dabei. Hank? Nein, das ist doch eine... Das ist eine gute... Hast du jetzt... Hast du jetzt deine Staten geskillt? Was macht der? Nein, ich in Wade nicht. Ich brauch mein Blue Buff, weil ich danach direkt zum Drake will. Leute, hört auf damit, bitte. Echt, keine Sorge an, die kann ich hinwäden. Komm her. Kein Spaß. Kein Spaß. Lasst es einfach. Ich will nicht wieder 5000 mal ping, dann schreiben die, ich soll aufhören zu ping und die will keine andere wahrlassen. What's up? Ach ja, die hab ich dir gesagt, dass ich dann Blue aufklauen werde. Das glaub ich auch. Don't want some action. Wen haben die? Oh, die haben Rengar. Ah, nein, zufrieden. So ein Spaß. Ja, das ist Ritti. Oh fuck, ich hab... Ich bin Challenger Smurf, ich mach jedes Mal in der SES mit. In dieser Faker. Bette, ne? Ja, ich kenn den, Alter. Wir fünf Leute kennen ihn schon, keine Sorge. Also mich. Oh, der Affe ist 11k. Weil der Blue Buff gibt so viel XP wie die kleinen Minions zusammen, das ist doch OP, Alter. OP? Der Blue Buff hat früher mehr XP gegeben, alleine. So, und jetzt lauf... Oh nein. Aber jetzt macht der Dragon. Und jetzt schau zu und lernt. Halt die Fresse. Ich mach gleich Solo Baron. Hä, wenn die Botland kommt? Ja, Solo Baron. Oh, du bist... Ich zeig den Leuten, wie's richtig geht. Oh nein. Ja, das ist so ein Typ, der noch nicht sein gespielt hat. Was... Was sei denn? In seinen Fähigkeiten nicht mal. Oh, der klopft die Mädels mit seiner Fettnachs. Oh, ich kill ihn. Weil er so dumm läuft. Die trauen mir das, glaube ich, mit dem Drake auch nicht zu. Die werden... Ach, komm! Oh nein, mein Block ist groß. Oh, perfektes Timing! Doch, als Mike! Oh, nee, oh, nee. Ich will... Oh, nee, oh, nee. Ich will mich jetzt angreifen, bin ich tot. Ich habe eine Idee. Los, käme ich. Ich habe ja keine Pässe. Bitte. Nein, ey, fürs Blatt, nicht für... Drake, dann... Pantheon... 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 Talte in the worst. What? Ich habe es überlebt. Ich habe es... Ich glaube, ich habe entschieden, dass ich LoL übernehme. Ja. Warte, ich bait, jetzt kommt der Ultimate Bait. Oh, nee, wenn... Ey, wenn richtig baitet, läuft alles schief. Ihr werdet sehen. Ich bin halt... Er schlöbelts. Ich könnte es nicht noch packen. Ich habe halt... Kein Mana, aber ich habe einen Block. Ey, in fünf Minuten wird der nächste Drake gemacht. Ich darf nicht hoffen. Oh, die kleinen Viecher habe ich auch noch geschafft. Leute. Komm, ich bin auch mal da rein, ja. Boom. Komm her. Lass ich jetzt? Du kleine Pussi. Andi, du bist ein Scheiß-Gangler. Schau mal, Gangs. Aha, wenn ihr killt, sieht, dann kommt ihr auf einmal. Ja, aber... Beam. Surrender. Ja, aber hey, es ist los. Ich habe zehn Formeln, noch fünf Minuten. Soll ich mir Landschwert oder Schuhe kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir Schuhe. Wow. Erstmal ein Speaker. Alter, ich habe zehn Formeln, noch fünf Minuten. Ich habe mehr Formeln, noch fünf Minuten. Ich habe mehr Formeln, als du. Bist du jetzt cool? Ja, das ist so ein richtig, so ein Brosse-Spieler. Form doch einfach, Junge, kack auf den. Nein, ich werde jetzt bumpen. Lol, lol. Bitch. Ich flasche mich über die Mauer. Ja, das ist gut. Flaschen von nothing. Immer worse. Ich bin so schlecht, Gattenfarm. Ja, ist nur normal, ist mir scheißegal. Was ist das? Was ist das? Oh, das kriegt man ja, damit man Warks aufdecken kann. Hey, macht meine Ulti-Aki viel Schaden, oder ist sie nur zum Laufen? Ja, naja, zum Wegrennen. Was heißt hier, Wegrennen? Es ist zum Trollen, weißt du. Oh, ich, 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 ich. Ich, weil der Frosch mit seinem geilen Attack-Speed macht mir noch überhaupt Schaden. Weil er so ein schwuler Gladiator wist. Ja, wozu hat Pantheon sein Schild. 47 Sekunden. Ich komme, geh weg, ich komme, den Diven. Warte, ich mache das Ding. Drück ich den Diven? Oh, ich habe ein Wort platziert, das ist gut. No Vision for Silent. Bitch! Bitch! Bitch, please. So wird gespielt. Das sind die Time-Challender-Taktik. Erstmal schlecht farmen, um so zu tun, als wäre man schlecht. Alter, Botlane-OP, Botlane-OP, Botlane-OP. Alter, die Ulti macht ja so viel Schaden. Hey, ich fälle den Turm, als wäre es ein Baum. Warum? Warum habe ich gerade ziemlich Lust mit gegen den Mauke zu spielen? Ich weiß nicht. Schwule. Kein Spaß. Hat der denn sein Update schon bekommen oder kriegt der ihn erst? Nein, der sieht schon anders aus. Nein! Was ist? Nein, wir raus. Lief das Game, das ist verloren. Surrender. Aber echt. Wir haben recht. Was? Oha! Das ist... Das ist lose. Ich habe noch Mr. Riti. Oh mein Gott. Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ich bin in der Base. Du laufst wirklich in den Busch, Stunning. Du läufst weg, wenn du um den Busch... Mann, das... LOL! 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 Andi, weg mit dir, du Idiot! Ja, was ist denn? Ich habe doch gesagt, mach den Kill! Oh scheiße, danke! Wieso danke, weil er seinen Blubaff gepickt hat, oder was? Er hat meinen Blubaff nicht, du Spass! Oh, what? Ja, ich... Ich kill ihn wieder! Was? LOL ist der... Ey, ey, das macht keinen Sinn! Nein, OP! Was hol ich denn? Das sind die Challenger-Taktik. Schlecht farmen, aber halt die Kills farmen. Du sollst mir Angriffstempo, Angriffsschaden holen. Ich glaube, ja... Für Permas... Hol dir... Hol dir AP. Ganz einfach. Hol die W! Das ist... Easy, das ist... Hol ich... Haben die viele ARD? Nein, haben die... LOL! Roffl! Roffl! LOL! Roffl! Der Roffl ist voll out. Wir sagen Choral. Ich bin auf die Lane kommt. Und davor fällig den Turm. Ja, okay, ich dachte... Geht jetzt direkt unten? Alter, Kombo-Wombo! Kombo-Wombo! Heißt nicht, wie viel andersrum? Wombo kommt! Der troll, der troll! Der war... Der war... Der war... Der war... Der war... Daher war... Meinen keine machen, die sagen... Drei unternear mich... Ich war... Guck mal die verrecken tons Euro! Ach... DESS!! die gleich zu lenken ich dachte mir schwer ich wollte diese runde also der neue ich hab ich so brauchen aber nur das stetig sagt und dann ist es okay dann kannst kann ich noch mehr also bekommen dann bist du einfach mal so ein master mit sechs mal und kann man zu sagen haben die und ich stecken würde nicht mal zu stehen und tschüss war das wirft war das wirft ja es war am arsch über die hätten so locker überlebt hätten die meinen drake nicht gemacht was machst du eigentlich hier selbst wenn der wird gepusht was macht der typ denkt wer ist die haben ich wollte wieder klauen das macht doch kein spaß und er wird halt nur das hochladen und denken alle diesen challenger da kommt welcher da kommt welcher der toll die und wer auf mich gemacht und die kleid und überlebt ich glaube ich glaube ich noch ein bis ich habe kein eiskalt ks noch mal die mutter man sterben nicht gehört man soll sich nicht auf einfach nur mit absicht die tschu geworfen und wegen dem einfach den k 95 tschuhe ab links oder die schuhe mit dem schuhe ich glaube ich anders tempo soll ich warum nicht warum nicht macht man für text wie bloß oder ninja ich komme jetzt einfach keine pussie bei keine pussie jetzt ja wieso nicht wenn du mit harry king kauf dann bist du eine sperre zweimal ja aber echt nein doch doch das habe ich so kurz gemacht alles was dinge ist also das ist die perfekte einstellung ich weiß ich mache ich kann wissen das ist jetzt wirklich so nein doch dass also alles was so zu werfen ist wieder ein sperr oder so wird dann doppelt geworfen ist eine hohe und ohne witz und jetzt zu telefonieren ich weiß gar nicht ob ich sagen richtig bau oder was ich das mit dem alter für ich gefahren nein 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 wir gehen wir gehen rein wir gehen rein wir gehen rein sicher ich glaube wir gehen rein ich habe ja auch fokussiert natürlich mich ich denke auch ein bisschen ein auto weg und was macht kalister wieso tank die ich wollte gerade sagen das ist richtig unser spaß der länder technik und nein ich hatte 5 1 1 1 und dann den ich kann es lohnen warum geht er da lang ok er hatte geholfen ich weiß nicht in die arme die fläscher unnötig nein ich wollte die beiden mann der kreist mir noch ja egal wer hat sich ein richtiger richtig der ks mir mit absicht weil ich ihn ks ohne witz alter ich sollte kommen also schwerer das ding regt mich auf und vor allem als unbegrenzte zeit ist jetzt muss jetzt 30 runden lang nur den team bilder stehen nicht ziehen würde ich muss ja eigentlich abwechselnde wahl spielen ich hatte wach auf panther und lange wieso spielst du 28 alter wir wollen doch wollen rent auch nicht den leuten gefällt ist dass die alle dominieren ich glaube ich glaube ich gehe doch nicht ich glaube das wollte mir nicht ganz so sagen weil mir geht mir jetzt ein comic bekommt und wenn man so richtiger sport ist ja ich habe irgendwie perma block du spielst du dort an die so kennen wir dich einfach meine bewerbung steht ich wieder gerne mit box guck mal die ks mir alle obwohl die schon tot sind ich glaube ich habe meine fähigkeiten nicht sehr optimal eingesetzt ich habe dir mein leben an 440 jetzt soll ich mir gehen schon red bar und dann kriegst du noch ein paar mit dem red bar Nein, das war mein Dribble-Kill. Ey, das war in zwei Minuten mit Baron gemacht. Warum denn? Ich hab in zwei Minuten zuern an die jetzt. Ich hab einen Bug. Ich stehe 29 Kills hinten. Ja, lol, ich hatte gerade 6 FPS. Soll ich mir Hydra kaufen oder Angriffschaden? Äh, letzter Atemzug. Und der 6 war Atemzug. Hm, es hat aber nur einmalig, äh, Ding, wie heißt es. Ja, genau, deswegen. Ich guck mir jetzt Hydra. Hydra unten langsperrt. Finde ich lustig an. Alter, ich, ich boh jetzt eine Hydra. Ich bin sowieso richtig reißen. Wieso hab ich 50 FPS? Liegt deinem Aufnahmeprogramm. 60. Ich will jetzt immer wieder rumschwanken. Mit deinen Gefühlen, Andi. Mit deinen Gefühlen. Ey, eine, schreib mal, ich hab Chatband. Eine Minute, Baron. Ich hab doch auch Chatband. Weil ich ein Game geliebt bin. Außer sehen. Oh, das sind ja vier Leute. Weil ehrlich gesagt, wenn man, äh, 7, ich glaub 37 Stand ist, dead und dead power verliert, war nicht surrendert. Dann ist man wirklich im Leben angekommen. Andi, du bist so schlecht. Ich dachte, ich dachte, wir wären, wir wären da 2 gegen 3, aber nein, wir waren da 2 gegen 10. Willst du ein Triple kill sehen? Komm, Ulti, Ulti, Ulti. Ich will schauen, wie du siehst. Schnell mach Ulti. In den Busch, in den Busch. Du, Poff. Oh, gesund Spaß. Meins? Pass auf, wenn der Ulti... Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Mach zur Schwelger, mach zur Schwelger. Der macht Ulti auf dich. Und jetzt wird... Ja, ich wollte ein Triple kill sehen. Wir reporten dich. Okay, dann Quadra, wie du willst. Oh, nee, du konntest Penta machen. Penta's Deal, what the fuck? Ja, nein, du hättest Penta Locker, aber der hat dir dann Quadra gekauft. Nee, nee, ist okay. Nein, die haben surrendert. Oh, wow. Ja, Leute, das war's dann für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.